Hey na! Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch! Hallo allerseits! Es geht weiter mit Dragon's Dogma Darkerism. Wir waren gestern dabei, dass wir jetzt ein Idol besorgen sollen, um es bei einem Shop unsererweil abzugeben. Und ich habe eventuell möglicherweise vielleicht nach dem gestrigen Stream mich noch ein bisschen informiert. Und... beziehungsweise vor dem heutigen Stream laden wir erstmal den Spielstand. Und äh, ja. Gut, es geht damit los, dass es drei verschiedene Arten von Idols gibt. Und zwar gibt es den Bronze, Silber und Gold. Und von Gold und Silber gibt es nur jeweils eins pro Playthrough. Pro Playthrough? Pro, ja. Ähm, und man muss sich quasi entscheiden, wem man das Goldene gibt. Wenn wir denn auch an das Goldene herankommen können, weil dafür muss man Zeitquests machen, tatsächlich. Also schaue ich mal, ob das noch möglich ist. Und, ähm, ja. Der Shop, der das Goldene Adel bekommt, der bekommt dann das Inventar tatsächlich erweitert. Also das Angebot weitet sich aus. Und, äh, das könnte ganz cool sein. Aber mal schauen. So, wir sind hier im Noble Quarter. Und zwar gab es hier ja einmal... ...des Knights Manor. Und... ...hier neben... ...haha... ...ne Fornable Manor. Und, wer hätte es denn anders gedacht? Da ist der Fornable. Er bietet sogar noch das Zeitquests an, oder? Das könnte gut sein. Moment, 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 Moment. Moment, in dem Fall gehe ich da natürlich vollkommen gut vorbereitet rein. Ich brauche einmal eine Fiole mit Wasser, wenn ich das richtig verstehe. Und da bin ich gespannt, ob wir dieses Zeitquests hinbekommen. Wir müssen nämlich, äh, seine Tochter begnügen, sag ich mal. Und, ähm, teilweise haben wir da einfach nur, dass wir mit ihr mitrennen müssen, um sie quasi durch die Stadt zu führen und sowas. Aber wir dürfen sie auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise verärgern. Und sie ist sofort verärgert, wenn wir in sie rein, äh, reinrennen. Das heißt, da muss man aufpassen. Dementsprechend wird das interessant, ob wir das... ...das so hinbekommen. Aber ja. Das ist Oil. Das ist Water. Flask of Water. Eine reicht. Achso, und bei der Gelegenheit... Moment, habe ich die jetzt? Ja, ich habe sie. Bei der Gelegenheit. Können wir mal reinschauen. Managed Stored Items. Habe ich hier zufälligerweise einen gewissen Bogen. Wurde mir nämlich... Ja, nice, ich habe einen Rusted Bow. Der wurde mir tatsächlich empfohlen. gerade noch in einem Video, ähm, den aufzuwerten. Und, ähm... Schauen wir mal, wie das dann aussieht. Ähm, bei dem hier muss das gehen, ne? Enhance. Rusted Bow. Ja. Ein Iron Blade Piece habe ich. Das ist sehr schön. Aber... Das Trowel habe ich nicht. Oh, fünf Trowels? Moment. Trowels habe ich vielleicht gefunden irgendwo schon, oder? Muss ich mal schauen. Wobei, dann... Dann hätte man die ja gerade eigentlich automatisch genommen, oder? Weiß ich nicht. Trowels. Es wäre mir so, als hätten wir da welche gefunden. Ansonsten, ähm... Kann ich ja schauen, ob ich die noch kaufen kann. Ha, 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 ha. Oh, hier, einen haben wir. Okay. So, ähm... Weiter Black Cat. Soll es tatsächlich mehr Trowels geben. Schaue ich doch mal, ob der die tatsächlich verkauft. Hallo? Troll. Trowel. Er verkauft sie. Fünf Stück brauchen wir, kauf ich vier Stück. Wunderbar. Das ändert zwar dann nichts an unserem aktuellen Setup, weil ich ja, wie gesagt, erst mal hier... Puh... ...diese Klasse hier leveln muss. Damit wir dann einen... ...einen, einen, einen, einen... ...ein Augment von der bekommen. Und... ...enhanced. Rusted Bow. Nice. So, der Punkt ist... ...dieses Ding da... ...es hat diese Debil... ...ääh... ...Debilitations heißen die. Und, ähm... ...die vergiften. Was ja schon mal sehr nice ist. Und die andere Geschichte ist... ...ähm... ...also, ich kann jetzt quasi Gegner mit dem... ...mit dem Bogen vergiften. Das ist doch schon mal sehr nice. Und die andere Sache ist, die werden damit auch langsamer. Okay, jetzt würde ich aber gerade nochmal... ...das interessiert mich mal. Hier wird das gerade jetzt nicht angezeigt, natürlich. Halt. Withdraw. Weapons. Wie sieht denn der vom Stud her aus? 30 Stärke. Der hatte 6. Der hatte 31. Okay. Äh... Der Silver Bow ist halt immer noch besser. Aber ich meine hier für den... ...für den Streiter... ...für den Assassin... ...ist das halt ein super Bogen tatsächlich, ne? Gut. Für die Zukunft schon mal vorgesorgt. Dann schauen wir mal nach dem Zeitquist da oben. Wird ja keine Ahnung können, dass der Fornival einfach zu Hause ist. Das ist einfach ein... ...einfach ein Manor da oben hat. Tag auch. Hallo, Sasa. Schön, dass du da bist. Mach's dir gemütlich. Wie ich es ja auch allen anderen immer gerne sage. So, hier ist das Fornival Manor. Und... Hallo. Ich speichere einmal ab vor diesem Zeitquist, weil da viel schief gehen kann. Bin gespannt, wie das läuft. Ich habe mich ein bisschen informiert. Hier haben wir die Möglichkeit, wenn das perfekt läuft, dann bekommen wir das Gold Idol für das Zeitquist geschenkt. Da ist auch das kleine Mädchen, um das es ging, was das Gold Idol haben soll. Und, ähm... Ja. Schauen wir mal. Das Gold Idol wäre sonst auch da oben... ...so ganz provokativ... ...auf dieser Säule Dimmons... ...ääh... ...platziert. Ja. Da könnte man sich theoretisch wohl auch irgendwie einen Turm aus Fässern bauen oder sowas. Weil mit Magie sich hochdingsen. Aber, naja. Ich habe da aber auch in einem Kommentar zugelesen. Ja, aber das ist eine Forgery. Wenn das nur eine Forgery ist, dann kann man damit zwar... ...questmäßig progressen, aber es bringt uns dann hinterher keinen Vorteil. Weil, ähm... ...nur die Originale abzugeben von diesen Idols, ähm... ...erweitert Shop-Inventar. Aber es ist cool, dass wir das hier noch machen können. Ich dachte schon, das hätte ich verpasst. Ich bin ein paar Schäuern. 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 Ich kann nur noch ein paar Schäuern. Ich bin ein paar Schäuern. Es kommt auf den Tag. Ich würde mich fragen, dass Sie sie in meine Städte herhöhnen. Sie können sie dort sehen? Ich werde nicht sagen. Sie ist ein Schäuern. Ich würde es riechen. Ich bin ein paar Schäuern. Aber ich werde Sie schäuern. Gäuern. Du wirst es tun, nicht wahr? Ich schaue, dass ich in derzeit gehen muss. Bitte. Frage sie direkt, ob Sie noch weitere Fragen haben. Mein Hexer. Zack! SideQuest. So, Simone. Simone. Es ist mein Name. Simone. Ich habe noch nie einen Riesen gesehen. Du hast ein... Plänerer geschaut, als ich erwartet. Ich werde erinnern. Du hast mich nicht zu wissen, dass ich nicht in die Stadt mit meinem Vater gehen werde. Er ist ein Fynn. Und schrecklich kommentierer. Du bist zumindest einer rarer Art. Sehr gut. Ich habe es entschieden. Du wirst meine Seite für den Tag sein. Du wirst es tun, wie du gebeten hast. Entstanden? Machen wir. Wir werden gut gehen, du und ich. Wir werden in der Fountain Square beginnen. Komm! 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 Und irgendwann will sie einfach zu trinken haben und dafür habe ich gerade eine Flaske of Water eingepackt. Oh nein! Und was ist bei euch heute so los? Also wir eskortieren jetzt hier ein... Ein ein anstrengendes Mädchen? Ein anstrengendes Mädchen? Ein anstrengendes Mädchen? Und brav. Was war es bis jetzt zu essen? Nein! 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 Die Ducke und seine Leute sind alle der besten. Ich habe keine Frage. Aber oft ein Manns best ist weit genug. Mhm. Ja natürlich tust du das. Mal schauen. Zaza macht sie erstmal was zu essen, aber das ist auch ein guter Plan. Ich habe heute Morgen zwar schon sehr viel, sehr, sehr viel zu essen bekommen, wie das so ist, wenn man bei einer Großmutter zu Besuch ist, ne? Aber, ja. Das war dann und jetzt ist jetzt. Haha. Haha. Uh oh. Heinz-Simon. Womit ich kann ja mal questmäßig das aktivieren. Ah. Kein Marker. Schade. Ah! Da hinten ist er. Cool. Oh. Oh. Du bist in der Welt. Ja. Ja. Oh. Oh. Nicht in die reinbumpen. Ist das interessant. I am highly suspicious of a movement. Oh man. Und streng in die reinbumpen. Und das Mädchen ist anstrengend. Wow. Wow. Was gibt's bei dir schönes, Tazza? Irgendwas Spezielles? Oder einfach nur schnell was irgendwo reingeschoben in den Ofen, Mikrowelle? Oh. 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 Oder sogar noch mit Chili-Cheese-Stuff oder sowas. Ja, natürlich werde ich das einfach hier so. Okay. Und nur Käse? Oder auch? Auch Fleisch. Also ich kann mir halt vorstellen, dass das so Mini-Cordon Bleus sind, sag ich mal. Also, ne? Dass man einfach so einen Chicken-Nugget genommen hat und hat da noch ein bisschen Käse mit reingesteckt oder sowas. Aber auch einfach nur Käse-Nuggets klingt ja auch gut. Mhm. Hmm. Für heute, mach das. Es ist ein Token von meiner Echtung. Bitte? Gut gemacht, Herr. Ich habe die Inventare verglichen, tatsächlich, und empfinde den regulären Smoothie als die bessere Option an der Stelle. Hähnchennagels mit Käse. Also, es ist doch schon mit Hähnchen. Neat, einfach. Also, hier, ein Gold-Idol für Sie. Jetzt schon? Oh, da steht schon New dran. Der Ferric Talon, das ist neu. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie... Nee, kann ich nicht. Ich wollte hier... Grievous Horns, auch mal. Ja, ja, Grand Soren Shield könnte ich jetzt... Uuuuh. Scheint es ja sogar zu bringen, ne? Moment, Moment, Moment. Heißt das? Das ist ein Greatsword. Nee, das ist nicht für meine aktuelle... Hier ist Cutlass. Okay. Weil die Tite-Song-Kedeos, die waren jetzt auch nicht neu. Hätte ich auch schon angeboten bekommen. Mal schauen, vielleicht einfach ein andermal. Zack. Jetzt ist das erst registriert als Complete. Vielleicht hat das schon geholfen. Aber meines Wissens war dieses Side-Quest gerade, was wir gemacht haben, eines der schwierigsten, weil es einfach so... Da kann so viel schief gehen. Weil das Mädchen einfach sehr anstrengend ist. Oh, ich glaube, den Schild brauche ich jetzt aber nicht. Vielleicht muss man auf diesen Tag warten. Keine Ahnung. Okay, das heißt, das wäre fertig. Gibt es noch ein Silver Idol? Ich glaube... Hier. Reward. Put the eye out. Feed the Cyclops. Den Frontier-Canons. Das können wir auch gleich mal angehen. Aber bevor wir da jetzt anfangen, möchte ich erst mal an Innocent Man machen. Und dann können wir das Silver Idol der Mad Lane geben. Ja, genau. Genau. Der Vater von dem Tomlin ist eingebuchtet worden. Und er ist deswegen nicht nach Hause gekommen. Oh, Wunder. Oh, halt. Ich bring mal lieber einen Skeleton Key mit. Für den Fall, dass wir ihn irgendwie aus dem... ... aus dem Kerker befreien müssen und der ja abgeschlossen ist. Den Skeleton Key, den hatten wir auch witzigerweise im Kerker gefunden. Also kann es gut sein, dass wir damit die Dinge jetzt aufschließen können. Was ist das? Skeleton Key? Skeleton Key. Ach, ich habe sogar noch einen dabei. Okay. Hm. Oh, fange ich nach dem Essen bei Career Chronicles 4 an? Musst du es noch anfangen? Ich dachte, du hast das längst gespielt mal, nur halt nicht completed. Aber es klingt doch noch einen Plan. Kannst mir ja dann berichten, ob es gut ist. Kann man das vielleicht auch noch mal für einen Streamform haben. Wobei, ich kann ja direkt eigentlich mal... Wow. Ich kann ja mal schauen, wie die Preise gerade so sind. Career Chronicles 4. Verdammt. Oh, Mist. Die Premium Edition davon kostet 90 Euro. Die Launch Edition kostet 17 Euro. Jetzt kaufen. Go. Also für den Preis nehme ich das definitiv mit. PS4-Version. Zack. Bestellung wurde aufgegeben. Okay. Tut mir leid, Saza. Jetzt dein Plan durcheinander gebracht habe, weil du... Keine Ahnung. Das dann erst wieder spielen willst, wenn... Wenn ich das im Stream spiele oder so, aber... Jetzt ist es bestellt. Ja, hat es mal angefangen, weiß aber nicht mehr wie weit. Fang deshalb von vorne an. Das kenne ich. Das kenne ich. Oh. Okay. Ist bestellt. Zack. Ähm... Open. The lock opens. Hallo. Who are you? My permit. Then, my son, is safe. Make her be praised. That such a fate could befall me. I never so much as considered it. T'was ill luck alone put me in this spot. I but overheard a conversation. I was attending to my duties as a royal aid. And a nobleman spoke nearby, yes? But I knew them not. And gave the fervent whispers little attention. Yet without warning, I found myself summoned by a guardsman. He accused me of spying on the pair. Wow. And banished me to the dungeon forthwith. I've lived the memory many times over in this place. Most likely I could recall parts of the conversation at press. But that means not now. I seek only to save my life. Or failing that heap harm from my son. Time is short. The guards will return it along and begin their interrogation. Most likely they'll employ torture. Which leaves my chances of survival pitifully low. I implore you arisen. Lead me from this terrible place. You are my final hope. Save me, sir. I beg of you. Escort answer from the dungeon. Moment, jetzt wird ich mir schon angezeigt, ne? Dass ich nach da unten sag? Ah, ja. Ähm, hat sich denn mein... ...mein Kiefer braucht? Oh, ja. Hat er. Und nein, das hält mich jetzt nicht auf. Ich kann dann besser backseaten, wenn du es spielst. Ja, wenn du es dann schon kennst. Ja, das ist wohl wahr. Und Backseating ist okay. Von daher... Go Fold. Okay. Spider-Vanon. Oh, das ist gut. Warum sind da Schlangen unter diesem Schloss, ey? Okay. Aha. Und wieder ein Skill. Weil ich gestern nicht genug bekommen habe. Ha. Ha, 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 ha. The lock opens. Dann lieben wir mal. Yay! Das biegen wir. Okay. Follow me. Er ist dabei. Tomlin ist sogar hier. Oh. 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 Er hatte Angst vor einer Schlange gerade. Können wir über die Quest-Belohnung kurz sprechen? Hallo? Also mein Quest-Marker bewegt sich ja noch mit ihm mit, ne? Diese heroische Musik hier gerade. Ach so, Tomlin ist mein Quest-Marker hier. Ah klar, da ist ja auch's krank. Ganz vergessen, dass man da aus der Stadt rauskommt. Nice. Okay. Mal sehen, fehlen noch die Experts Skirmishes für 4,99? Das ist vollständig. Nein, nicht schon wieder die Experts Skirmishes. Die gibt's auch wieder. Alter, da bin ich ja mal gespannt, was ich diesmal machen muss. Aber für 17€ konnte ich jetzt echt nicht Nein sagen. Und das ist sogar physical. Das ist alles, was ich wollte. So, ich hatte da gerade einen Side-Quest im Schloss gesehen. Da bin ich gerade mal auf dem Weg hin. Schauen wir mal, was ich da machen soll. Aber bestimmt ohne DLCs drin. Ja, sicherlich. Aber DLCs kann man schon zukaufen. Aber physical wäre eh ohne DLCs gewesen, ne? Also ich glaube, es gibt keine physical edition, wo alles drin ist. Wo alles auf dem Disc ist, mal so gesagt. Okay. Oh. Okay. Tonight in the Castle Garland. Wollen wir jetzt hier einfach kurz warten? Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Dann kann ich in der Zeit mal gerade ganz kurz recherchieren. Ähm. Games. Valkyria Chronicles 4. Es gibt keine DLC Trophies. Also, das ist schon mal in Ordnung, denn dann ist der DLC vielleicht auch gar nicht so notwendig. Und jetzt ein Valkyria Chronicles Richtig schreiben. Es gibt die Spiele sogar im Bundle digital für 50 Euro, ne? Digital hätte es halt auch einfach 6 Euro gekostet. Drei. Complete Edition 50 Euro. Okay. Add-Ons. Es gibt kostenlose DLCs. Ich meine, ich kann das auch gerade mal zeigen, ja? Quelle im Ridescreen. Ich hoffe, ihr seht was. Das sieht gut aus. Gut. Und zwar hier. Tank Decal Bakery. Ach so, das sind Dekorationen, ja. Die sind auch gerade reduziert. Das ist ein Level. Captain of Squad. A United Front with Squad 7. DLC Bundle 5 Euro. Statt 25 wollen die dafür sonst haben. Was ist denn alles drin? Truppe E am Strand. Führungslose Truppe. Scharmützel. Auf Expertenstufe. Die zwei Valkyriae. Valkyriae wahrscheinlich. Das ist, das ist genau wie Lamia. Die Plural von Lamia ist Lamiae. Das, das schreibt sich ja total komisch. Bei AE hinten einfach. E die Sondereinsätze und Anhaltsfront mit Truppe 7. Ja, das sind hier diese ganzen Dinger. Oh, ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch ist. Am 1.2. endet das. Okay, dann kann ich nach dem, nach dem Stream nachher mal einkaufen. Okay, okay. Aber für 5 Euro kann man das mal mitnehmen, ja. Okay. Ja, ohne DLCs. Um diese Frage zu beantworten. Das wird da nicht drin sein. Hier ist ein Rock gespawnt neben mir. Oh, das dauert jetzt aber ewig, wa? Moment, ich geh mal. Kurz übernachten. Wo ist mein, mein Tepotstein da? Mein Eternal Fairystone. Möge er mich nach Kassardus ferrien. So, die, die Frage wäre dann aber doch, die sie stellt, wann? Und, ähm, ich kann jetzt nicht versprechen, dass wir damit dann auch direkt anfangen, wenn es kommt. Weil wir machen auf jeden Fall erst mal dieses Spiel hier weiter. Sonst sollen wir uns jetzt nicht davon abhalten. Und, äh, dann können wir immer noch mal gucken. Manage store the items. Ich möchte das erst mal abgeben, bevor das umkommt. Und, äh, dann können wir uns jetzt mal abgeben. Ah, ist der Server heute nicht erreichbar? Doch. Doch, doch, okay. So, Grand Soren. Zack. Und, äh, dann können wir uns jetzt mal schauen. Wir müssen jetzt nicht weiter- Emen! Sie sind zum Eben! Und, äh, dann können wir uns jetzt mal abgeben. Der Trupp hat einen Doggo im Team! Das Spiel wird gut. Jetzt freu ich mich drauf. Soll ich mit dir sprechen? Die Duchess ist Garns. Sie ist der Herr, du bist gekommen, Arisen. Oh, das ist glücklich. Die größte glücklich. Entschuldigung, Herr. Entschuldigung, die Ramblinge einer Handmaiden auf einem ... ... klaren Errand. Es ist nur ... M'lady's Request, dich zu sehen, ist eine rare Sache, du siehst. Erst in all meinen Jahren mit ihr, in Wahrheit. Ja, das ist ... Sie hat mich jetzt auch das erste Mal gesehen. Warum sollte sie vorher requested haben, mich zu sehen? Erst zu verstehen, die Delikazie der Situation. M'lady is a married woman, I will not remind you. And, well, yes. Even innocent conversation could be bent foul, were discovered by others. Pray, walk softly, Arisen. And have a care to let none find you visiting M'lady's chambers. So, so, so. Eriana, hast die. Wo muss ich jetzt hin, hier? Ähm ... Map. Da hinten, zu dem Turm. Das heißt, ich muss irgendwie hier drauf kommen. Muss ich dann irgendwie das Schloss rein und dann da so ... Hm? Probieren wir mal aus, hm? Gibt hier jetzt nicht gerade eine Leiter, außen am Schloss. Das wäre auch, glaube ich, ein richtig ... Das wäre ein Security-Issue oder sowas. Audience-Chambers? Oh, ich will jetzt auch noch einen Side-Quest geben. Oh, ich will jetzt auch noch einen Side-Quest geben. Okay. Okay. Oh, ich will jetzt auch noch einen Side-Quest geben. Da war gerade ein Green-Marker. Oh, ich will mich von da oben sehen. Oh, das scheint niemand zu sein. Ah, für die erste Runde gehe ich erstmal mit English-Voices. Gibt ja bestimmt ein New Game Plus. Die japanischen. Oh. Ob ich diesmal auch die japanischen nehme? Ich fand die englischen gar nicht übel letztes Mal, aber ob ich auch die japanischen dann nehme? Mein Krieger hat für mich gekommen. Yay! Du musst mir denken, dass ich ein schadees Herz bin. Schon ein bisschen dreist, ja. Das sind andere Dinge. Nein. Ich kann meine Affiliate sein. Nein. Ich muss ihn dir nicht mehr. Hier ist eine dritte Frau, das Predigt. Hier ist das Dreiz. Ja, schnell. Du bist in die Frau-Taser-Berest mit der Urge. Die Mann arbeiten. Ach, ach. Oh, fear not. I shan't eavesdrop on the ducal precedents. I remain to stand watch of the guard, son. For your protection, of course. Er sabbert ein bisschen. Oh, my lord Edmund, is something, what happened? Oh, blammer me, die beiden stink. I take it back to the north. Oh, hi. I'm sorry, I'm sorry. Oh, no. Oh, no. Mal einsammeln hier. Es tut mir leid, aber wir dürfen nicht gesehen werden. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Oh, die hält aber ganz schön lange aus. Oh, die ist so gut. Oh, die ist so gut. Oh, die ist so gut. Einfach so random. Accept your fate. Ja, ich glaube wohl. Winfield hat es getan. Ich habe es genau gesehen. So schnell geht das. So leicht oder normal. Muss wohl richtigen Schwierigkeitsgraders freischalten. Oh, Mann. Oh, Mann. Vielleicht muss ich ihr helfen. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja mal ausprobieren. Junge, bitte. Aber, die ist ja so gut. jetzt stehen ja plötzlich so viele leute vor junge junge so das kippen wir, jetzt sind wir an dieser stelle Was? Wo? Dein. Edmund, ich... this is it This wicked fool mistook a trifling kindness that I once paid for something more he stole into my room I was terrified Ich verstehe, dass sie ihn nur versucht, sie es zu schützen, aber wow. Ich verstehe, dass wir eine Freundin von der Dachse gehen, um zu den Chambers zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020 hilft sie mir jetzt wenigstens was habe ich gemacht? ich kann nicht sagen, dass ich mich für diese Betreuung habe aber ich bin sicher, dass der Duke mich nicht verletzt hat wo ich stand, hätte ich nicht verletzt Sie müssen gehen Okay, das war scheinbar richtig so. Wreck any law and you may find yourself arrested and imprisoned. You can't use items to change equipment in the castle dungeon with a few exceptions. Hier gibt es gratis Mushrooms, ist das nicht schön? So, gerade lief hier der Jester lang. Nicht, dass er gleich zurückkommt und mich erwischt. Ich hätte aber schon gerne mein Equipment zurück. Danke für die Feuerhune. Das spielt gerade automatisch aufgespeichert, also alles gut. Aber, gut. So. Und da ist definitiv meine Wache. Die Frage ist, wie komme ich jetzt an meine Sachen wieder dran? Und wie viele von den Skeleton Keys habe ich noch? Ich glaube, ich habe alle aufgebraucht. Moment, ich habe meine ganzen Sachen ja noch. Das ist ja interessant. Okay. Wenn du heißen, viel speichern. Moment. Ich muss gerade mal... Mal schauen, ob ich mich umziehen darf. Schau mal, darf ich? Okay. Dann zieht doch meine Sachen mal wieder an. Selbst die Ringe haben sie mir abgelegt. Okay. Ich kenne den Weg schon, ich habe hier schon jemandem rausgeholfen. Alles gut. Ich habe die zweite noch mitgetroffen. Sehr schön. Vocation rank increased. Ja, sowieso. Genau davon. Hm. So die... Die Frage ist aber, darf ich jetzt noch in das Schloss rein? oder bin ich da jetzt geächtet ist deine vocation red slayer so in der art red fighter also also die die wachen hier draußen die sind jetzt nicht hinter mir her mich würde aber interessieren ob ich dir dieses eines zeitquests darin jetzt noch mal finden und annehmen darf oder ob ich dann wieder in den kerker verfrachtet werde hallo alles in ordnung hier ja ok wir ignorieren einfach dass wir gerade in kerker geschmissen worden jetzt wieder frei sind das audience chamber da würde ich vielleicht nicht gesehen werden da ist der typ hallo hallo Die Gryphon? Die Gryphon ist eine Firma von Eliten. Und jetzt ist es so, dass sie bereit sind, um die Gryphon zu treffen. Sie stehen in der Zeit außerhalb des Kastels. Geh und spreche mit ihnen, um mehr Details zu sprechen. Ich hoffe, dass es eine lange Beppe sein wird, Sir. Ich hoffe, dass der Gryphon ist, dass der Gryphon sein wird. Ich habe zu der Sache gelesen, das ist scheinbar MSQ jetzt. Wir müssen beide gemacht werden. Und solange man nicht beide macht, hat man halt noch die Zeit, sich einerweitig umzusehen, einen Zeitquest anzunehmen. Aber der ist noch neu, okay. Ich finde, dass die Nacht um ist jetzt gerade. Ich habe gehört, dass die Partie gesammelt werden, um die Gryphon zu schlafen. Sergei Yorg und die anderen von den Kasteln sind zwischen ihnen. Die Mann, die die Hydra kämpft haben. Sie sind als Eliten. Aber die Fakt ist, dass sie nur schlafen. Die Hushis-Tasks sind oft zu solchen Typen. Oder zu den Männern des Kasteln. Hm. Hm. Jux-Sola. Ein Solar ist auch ein Büro, ne? Wenn man so will. Oh. Eine Truhe. Oh, Wackel. Ist das nicht kalt hier, wenn die Schlitze permanent da sind? Ich schätze, damals hatte man noch keine Fenster, als man sowas gebaut hat, ne? Visitor's Chamber. Da gibt's ein Quill. Da gab's ein Quill. Da gab's ein Quill. Blank Scroll. Ancient Scroll. Small Con Podge. Ja, damit. Okay. Mhm. Okay. Okay. Mhm. Dann nehm ich das mal so an, wie es da gerade ist. The Conspirators meet Fiddle at night. Das können wir auch noch machen jetzt. Fenster gab es nur, Glas war selten. Ja gut. I see your point. Wobei. Halt. Vielleicht travel ich noch mal kurz. Lass mal den, 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 den... Was ist das? Ein Ogre, den wir da machen sollen? Ich hatte da ein Side-Quest. Und zwar, bevor das nicht mehr möglich ist. Put the Eye out. Für Silver Idol. Feed the Cyclops. Ein Cyclops ist das, okay. Ähm. Sieht man auf der Karte, wo der ist? Da hinten drin ist der. Ein Glück habe ich da ein Teleport-Kristall platziert. Und hin da. Und hin da. So, dann schauen wir doch mal. Oh, hier habe ich jetzt unendliche Ausdauer auf. Das ist doch schon mal schön. Und zwar. Da hinten drin. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier rein, oder? Das Level Underground irgendwo da. Da war ich ja schon mal drin. Das ist ja eine Zone gewesen. Ich weiß gar nicht, wie man da reinkommt. Könnte wahrscheinlich von oben irgendwie rein droppen. Oh, da bin ich jetzt mal neugierig. Das werde ich mal probieren. Oh, da ist doch keine Küste. Oh, da ist ja eine Kiste. Crap. Nein? Wie kann ich denn auflassen? Okay. So. Wenn ich hier jetzt nicht gerade von ganz oben runtergeschleudert werde, wie mit dem... Ja, von dem Oga letztes Mal. Ist vielleicht möglich hier. Ja, sieht doch gut aus. Ah. Red leather cap. So, lass das offen. Wo führt das hin? Das ist jetzt hier für das... Oh, okay. Da kam ich vorher natürlich nicht rein. Oh, da komm ich auch immer noch nicht rein. Weil ich zu groß bin. Was ist das? Ach, hier kann ich... Ah. Meining betreiben. Ja, gut. Schau mal mal, ob ich das mit meiner neuen Vocation hier auch hinkriege mit diesem Kampf, der jetzt hier auf mich wartet. Genau, das sind die Frontier Caverns. Oh ja, hier Vocation rank increased. Ist immer gut. Okay. 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 Haha, ich kann nämlich abwehren. Seht ihr mal. Iron Blade Piece, das ist gut. Das brauchte ich vorhin zum Aufwerten des Bogens. Da war ich doch schon wieder drin. Das klappt nämlich von den Hopgoblins scheinbar. Genau, einmal heilen hier. Also ich kann das durchaus verstehen, dass das Glas vielleicht nicht so vertreten war. Da muss ich irgendwie an Anno denken. Weil Glas war verdammt anstrengend herzustellen. Das ist wichtig. Also ich bin dran. Und das wir stolz können her! Die Techniken steht da, aber doch bitte gegen alle. Es ist Dagen! Also ich bin von euch, bin hier dabei... Okay. Okay, okay. Also. Hier sollen wir jetzt einen Gegner haben. Oh ja, da ist er. Da ist er. Ah, da sind sogar noch kleine Garten dabei. Glaubst du ja nicht. Proving Grounds. A Cyclops. I shall take on the stronghold. I begin with the stronghold. Their kind hate to ice and fire alone. Oh, Tzadara. I'll be here to talk about Tzadara. Common attacks. Get on me, Tzadara. Take my fire. Kill. I'll be here to talk about Tzadara. So, machen wir erst mal klein weg, ne? So, dann schaue ich jetzt mal, wie ich den mit dieser Klasse hinkriege. Ich weiß nicht, ob ich mit der Klasse auch gut klettern kann. Oh, das geht schon mal nicht so gut wie mit der anderen. Also, das kostet mir, glaube ich, mehr Ausdara. Gefühlt. So springe ich auch ab. That's not what I wanted. Ich glaube, er mag kein Feuer. Ja. Weißt du, ich habe jetzt meinen Silver Idol im Inventar. Sehr schön. Dann können wir nämlich das andere Idol-Quest auch noch fertig machen. Wir können auch mal schauen, wie der schmilzt gerade. Einfach, weil es geht. Was immer interessant ist. Wie die zerfallen, die Gegner in diesem Spiel. Mmmmm, yummy. Ich meine, das ist eigentlich auch interessant gemacht, ne? Sie bewegen eigentlich nur die Leiche in den Boden rein. Und so ein Skelett bleibt einfach noch liegen. Okay. So, haben wir sonst noch irgendwas Interessantes? Was ist das? Look at the size of it. No way, this was built for use by men. Huh. I wonder what's inside. Okay. Gut, dann geht es einmal zurück nach Grand Soren. Ja, komm, das machen wir auch erst. Erst zuerst. Ist es hier früh morgens gerade? so spät abends ich weiß es nicht aber wenn es spät abends ist dann ist ja auch gut dann brauche ich ja nicht übernachten um nackt zu machen so meine damen hier wollte ein idol haben silber idol bitte sehr sehr schön wäre das auch geschafft ok ich mag gerade noch mal nachschauen ob denn der wo die die sonne geht auch wirklich unter das ist sehr schön ja perfekt ob der jetzt ein neues inventar hat da steht nirgendwo neu dran wie sieht es eigentlich hier aus wo wir schon mal hier sind erstmals verstauen hier so hat hier noch irgendwie was interessantes ok so mannett ein learner set skills vielleicht habe ich hier ja hier habe ich ein bisschen was neues burst strike in advance von blinkstrike haunt to treasure greater distances ja nämlich das gefällt mir nämlich thrust the blade into the target's body pinning them in place while raining further blows upon them oh das geht auch gut shield strike springboard shield drum unleashes a barrage of strikes using the shield unleashes a flurry of stabbing attacks while maintaining the user's guard ja damit tags the body into a tight roll when falling mitigating harm oder deflects attacks back toward the silent uhhhh klingt beides ganz cool klingt beides ganz cool heimiasma ich glaube das ist gut miasma kann sie ja schon stoppen lasst du denn waks to magic fog at this and his zignated location and in converter varit stop fault and those who enter i travel mächtig american und ein level hat sich noch ein level so ok heim jazma halben heißt also unter drei affinities hat sie da flash scorer hat sich auf jeden fall gut an und schaltet spike das mit auf kreis legen wo er halt vielleicht will ich das auch auf vier klicken so da muss ich mal bei gelegenheit die neuen sachen ausprobieren aber flash scorer hört sich gut an wenn das das ist was ich denke das ist dann ist das einfach ein ne vielleicht hat spike war das was ich meinte dann ist das ein verteidigen und dann zu piksen das hört sich doch sehr sinnvoll an gerade für einer klasse die ein schild hat so der eine wollte mich jetzt bei nacht sehen wo will der mich sehen ist die frage da hinten gehe ich noch gar nicht rein das ist eigentlich foto hier ist man von dieser wunderschönen umgebung die schutz machen will hier gibt das einen sinn dass das hier markiert ist hier 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 Ich muss noch mal nach oben gucken, aber... Hier oben ist ja nichts. Oh! Ha! Ob die hier hinkommt? Wer weiß. Jo! Du da! Ich trete mir für dich, Suri, doch. Ich werde dich in der Kassel-Kurte, nach Dark. Es ist After Dark. Wobei, man könnte es auch so interpretieren, dass After Dark so viel heißt wie, nachdem es nicht mehr Dark ist. Aber okay, 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 dann warte ich hier mal. Möge er kommen. Dann checke ich mir mal was zu trinken ein. Aber dieses Spiel ist eine richtig gute Idee gewesen eigentlich. Hätte ich nicht gedacht, dass ich daran doch nochmal so viel Spaß finde. Und ich habe wahrscheinlich noch nicht mal viel vom Spiel gesehen. weil ich habe so das Gefühl, dass hier die ganzen Quests zu machen und alles, dass das nur die Hälfte des Spiels ist und die andere Hälfte dann im... Im Post-Game und allem liegt. Das wird bestimmt mal richtig interessant. Nur Game Plus gibt es auch. Aber er kommt da. Wie sieht denn bei euch das Interesse aus? Wie viel wollen wir denn im Stream davon gemeinsam machen? Sonst würde ich einfach, wenn wir das einmal durchgespielt haben, ein anderes Spiel fürs Wochenende ansetzen. Und ich weiß noch nicht, welches gerade, aber dann würde ich das für mich noch weiterspielen. Aber wenn ihr Interesse habt, dann können wir auch gerne das zusammen noch machen mit New Game Plus und allem. Aber das einzige, was ich da machen würde, ist, ich würde mir dann wirklich die Liste an Quests raussuchen, die ich alle machen muss. Und dann abhaken nebenbei. Ja. 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 Streams? Ah, bestimmt. Ich meine... Okay. Point taken. Am 1.2. kommt Granblue raus, am 2.2. kommt Persona raus. Das wird mich dann wahrscheinlich so erstmal in der nächsten Zeit beschäftigen, wenn ich nicht streame. Die nächste Sache ist, ich wollte auch immer nochmal die die Emotes überarbeiten. Da wollte ich mich jetzt eigentlich die kommende Woche dran setzen und Final Fantasy 10.2 möchte weiter aufgenommen werden. Das habe ich jetzt schon ein halbes Jahr irgendwie nicht mehr getan. Das müsste ich aber mal tun. Und das würde ich dann auch die kommende Woche angehen. Aber da ich ja erst am Freitag dann wieder streame, habe ich ja ein paar Tage Zeit, dass ich mich um die ganzen Sachen kümmere und ja... Dieses Spiel werden wir heute wahrscheinlich nicht durchspielen, von daher habe ich die Woche ja auch wirklich noch Zeit dafür. Ja, danach kommen dann die anderen Spiele, wie gesagt. Ja, ach, gut. Ich muss halt schauen, wann wir das überhaupt dann geschafft haben werden. Das ist mir so ein Punkt. Aber ich meine, ich spiele einfach off-stream das, wonach mir gerade ist. und wenn mir hier noch ist, dann mache ich das. So einfach ist das. Aber vielleicht besteht ja tatsächlich Interesse dann auch nochmal, den Rest zu sehen. Deswegen frage ich lieber. So. Ah, da oben. Da oben, da oben, da oben. Ah, da ist natürlich das Surflayer Canyon. Gut, da muss ich jetzt nicht hin gerade. Oder will ich jetzt gerade nicht hin? Secret Meeting. Das können wir auch noch machen. Und ansonsten habe ich hier gerade alles fertig. Eine Sache möchte ich aber nochmal checken. Und zwar in Kassades. Da könnte sie mir auch noch Zeitquests geben. Da mache ich die nochmal nicht umschauen. Ich glaube, ich muss meine Nase gleich mal schnauben. Die ist ein bisschen zu. Übrigens, wenn ich Final Fantasy X 2 denn jemals fertig aufgenommen haben sollte und hochgeladen haben sollte, dann könnte ich es mir, glaube ich, auch endlich mal leisten, diesen Rechner neu aufzusetzen. Weil eben ähm ja, ich möchte nicht das ganze Videomaterial jetzt auf irgendwelche als Plattenauslage oder riskieren, irgendwas zu verlieren. Das ist mir doch ein bisschen sehr risky. Deswegen mache ich das lieber, während ich noch alles hier auf dem Rechner habe. Ich mache das alles fertig und wenn das Projekt dann in Stein gemeißelt ist, sage ich mal, dann würde ich den Rechner neu aufsetzen und ja, dafür brauche ich wahrscheinlich auch so mindestens den ganzen Tag eigentlich mit den Settings für Stream hinterher wiederherstellen und sowas. Die ganze Umgebung wieder zum Laufen bringen. Oh. Oh. Aber das ist halt was, was dann auch wirklich gemacht werden müsste mal. Das liegt mir schon lange im Nacken, aber ja, solange ich halt irgendwelche Videoprojekte so halbfertig hier rumliegen habe, ist das doof. Es reicht mir schon, dass ich, äh, dass ich einen Haufen Daten so generell irgendwie mal backuppen muss. So. Sweet pollen. Triss packt einfach Keramik ein. Okay. Schauen wir uns am Tag nochmal um. Ansonsten machen wir noch die Zeitquessive Aufnahmen. Hoi. Da geht's sogar noch weiter. Aha. Cloudwein. Ja, kann man mal machen, ne? So ein bisschen Wein hier einfach in irgendwelchen Kisten am, am Strand verstecken. Warum denn auch nicht, ne? Muss ich nicht auch irgendwelche Möbel erlegen? Au. Da habe ich natürlich jetzt die perfekte Klasse für. Ich habe keine Distanzangriffe. Ach. Ich erwische sie. Ja. Ja. Ha, 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 ha. Zwei haben auch gereicht. Sehr schön. Ähm, ja. Also hier scheine ich keine Sidequests zu finden. Was ein bisschen schade ist. Vielleicht waren das Folgequests von denen, die ich am Anfang gespielt, verpasst habe. aber es kann natürlich sein. Tja. Dann ist es so. So, The Conspirators. Nein, oder? Moment, 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 Moment. Das da wollte ich. Secret Meeting. Okay. View on Map. Nicht auf dieser Map. Verstehe ich. Ähm. Das ist da drin. Dann muss ich nach Grand Soren. Moment. Das ist in Ordnung, schätze ich. Yes, it is. It really is. Fairy Stone einfach hier. Cool. Ähm. Wo muss ich hier drin hin? Ah, da hinten irgendwo hin. Gut. Gut. Was muss ich hier machen, ist die Frage. Was muss ich hier machen, ist die Frage. Aufregende Leute, die hier rumstehen. Oh, ist schon Level 29? Echt? Wann ist das denn passiert? Ich bin schon Level 30. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen auffassen wegen Triss. Die werde ich jetzt wahrscheinlich austauschen müssen, irgendwie mal. Demnächst. Ahem. Du seinst. dich schützest Snack? the ich bin nicht schützest Snack. ihr seidlah, ich muss mich schützieren. Mhm. Baudrick, ihr habt es künftig, oder gehört es ihm. Leider hat er zu sprechen, die ich 언ischBNBs kann. Dann geht es nicht nur um, ein mal deutlich. Deine, ein mal wird es mit dem, Er geht es nicht einfach mal. Ja, wer erzählt mir denn hier jetzt mal was? Ja, ich weiß den Barbershop habe ich schon gefunden. Das ist halt schon verdächtig, dass sie hier so... Mhm. Weiter runter ist glaube ich keine gute Idee. Ähm, ja. Das ist bestimmt wieder so eine Sache, wo ich eigentlich nur darauf warten muss, dass sich irgendein NPC da hinstellt oder so. Aber wer weiß. Was ist das denn online? Er sagt mir nix. Das ist auch ein Online-Porn. Kostet mich aber nichts, warum nicht? Das ist interessant. Wenn der online ist, warum kostet der mich nichts? Ich will, dass ich ein Friend-Request einfach an irgendwelche fremde Leute rausschicken kann. Gute da. Ach, der putzt die Wand. Okay. Das ist halt auch nicht so ein großes Gebiet, ne? Okay. We have to fetch inside here. Okay. Okay. Huh. Okay. Hello. Yes, Arisen. I fear for the guard. Okay. Okay. Wie ich das nochmal in der Nacht versuche. Komm, ich mach mal Nacht und dann schau ich mal. Okay. 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 Wann muss ich mich denn nähern? Ha. Okay. Ich dachte, ich muss mich beeilen, deswegen habe ich den schnell durchgeklickt. Es tut mir leid, wenn wir das ihr Locus gibt haben. Ich habe scheinbar einfach jetzt was. Dem abgeluchst. Hier, den Second Key to Salvation. Okay. Wo ist das? Ich soll raus aus der Stadt. Jetzt soll ich wieder ganz anders hin. Ach, da oben nochmal rein. Okay. Ich muss da jetzt aber auch nicht unbedingt in der Nacht hinlaufen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Das war's. So, den brauchen wir nicht. Ich möchte mal. I'd withdraw. Oh, tatsächlich, ich hab ja noch mehr von diesen Lampen. Ich möchte die Flärme einer von geben. Vielleicht können die ja auch einfach halten. Okay. Ich möchte die Flärme einer von den Flärmen. Und so, dann gehen wir mal wieder in unsere wundervollen Katakomben. Ich erinnere mich daran, dass wir einen Lift nach unten genommen hatten. An der Stelle, wo es eine Tür zum Öffnen gab, die ich nicht öffnen konnte. Und ein Tor zum Öffnen, was zum Eingang zurückführte, was aber auch nicht ging. Vielleicht geht es da jetzt irgendwie weiter. Und ich schätze mal danach, werde ich diese Triss hier austauschen lassen. Was haben wir denn da? Was wollt ihr denn eigentlich? Okay. Wir geben stags. Ambrosial meat. Ah, sehr gut. Das mag ich. Das ist auch in Ordnung, Schätze. Das mag ich. Okay. Erwischt! Oh wirklich! So! 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 Diesmal! Aufbe diezmarsch! So! 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 Lift wäre unten gewesen. Ist ja auch nicht so gut dann, ne? Und ist nicht so, als könnte ich den Hebel betätigen und einfach runterlaufen. Ja, weil das ist eine Cutscene, die Trigger, indem ich den Hebel betätige und nicht, indem ich einfach auf das Teil draufgehe. Also ich könnte jetzt nicht sagen, hier, fahr wieder hoch und ich geh weiter. Geht nicht. Schön, dass die ganzen Thronen wieder zu sind. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin, hier? Da hinten. Ob ich da jetzt reinkomme, hier? Ja, da hinten geht Schama ja nicht weiter. I had no idea that was the Arisen. How could I? Please. Yay. Oh nein. Wer ist da? Was ist da? Garry! Okay. 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 Okay, lass ich den mal leben. Was hinter mir? Nein, das kam schon mal vor mir. Scalton Mage. Ja, gibt mir halt irgendwie ein Element. Ich weiß nicht, ob ich hier ein bisschen Schaden machen kann. Geht nämlich ganz schön was aus. Geht nämlich ganz schön was aus. Geht nämlich ganz schön was aus. Salvation. The third. Hab ich vielleicht überpasst. Five jewels. Okay. Also, hör mal. Let's go. Dragonspit. The key is hidden in a coffin. First jump. Oh, da war ein Curse. Okay. Uncrust uns mal hier. Also, ich brauch definitiv wieder ein Mage dann auch. Ohne Mage bin ich so ein bisschen aufgeschmissen. Yeah, Rotten Ambrosial Meat. Bin ich jetzt nicht so heiß drauf. Jewel of Silence. Second Gem of Salvation. Is a third bei da oben? Shackles. I shall take on the strong. What? Jetzt haben wir gerade Sachen. Okay. Let's scatter those bones. May this light be your end. Skeletons. They rampage indiscriminately. Oho, hier hinten gibt's noch einen. Das wird bestimmt wieder ein Gem. Wird das hier verstecken. Das fünfte. Wir brauchen ja noch das vierte, ne? Das ist ein Ausgang. Was? Au. Ich verstehe. Das führt dann einfach da wieder hin. Okay. Das vierte Gem. Hallo und Glück. Hallo Lina. Mach's dir gemut... Äh, gemütlich. Gemütlich. Und danke für die Wasserhune. Was mich ein bisschen erschreckt. so, jetzt habe ich alle Gems, das heißt, wo war die Tür? Hier vorne irgendwo. Oho. Da. Zack. Ein Handgriff, alle drin. Sehr schön. Uh-oh. Okay. Vielen Dank. Oh. Achso. Er ist irgendwie einfach explodiert. Wir haben es schon mal geschafft. Okay. Ups. Ist hier sonst noch was? Die Kiste? Crimson Teeth. Oh, das hört sich gar nicht übel an. Jetzt kann ich wieder rausgehen. Habe ich jetzt einen Schlüssel bekommen oder was? Dass ich jetzt einfach... ... ... ... ... Sending Roar habe ich auf jeden Fall. Muss ich mal schauen, ob ich die Sachen gebrauchen kann irgendwie mal. Ähm. Hm. Naja, ich kann jetzt nicht hier durchgehen, ne? Warum soll ich oben lang gehen? Oh, ich würde das eigentlich schon gerne geöffnet bekommen da oben. Einfach aus Prinzip. Ich meine, ich habe diesen Dungeon jetzt gecleert, würde ich mal behaupten. Also öffne mir bitte auch die letzte Tür, mit der ich einfach wieder zum Eingang zurückkomme. Dum dum dum. Das ist doch wohl das Mindeste. Das ist doch wohl das Mindeste. You haven't the key to fit it. Was soll das? Wo hätte ich etwa... Ich hatte ja die Möglichkeit... Ich hatte ja die Möglichkeit, ähm, den da zu bestechen. Oder mit denen den Schlüssel mit Gewalt zu holen. Ich habe Gewalt gewählt. Weil ich das nicht einsah, dem 10.000 in die Hand zu drücken dafür, dass er mir hilft. Wenn ich ihn doch erwischt hatte. Also den Typen unter der Brücke vorhin. Vielleicht hätte mir den Schlüssel einfach für das andere Tor gegeben. Dann halt so. Dann halt so. Immer wieder begeistert von den Schatten in diesem Spiel. Sieht voll gut aus. Wieso? Jetzt kann ich aber hier endlich durch. So, rein theoretisch können wir wahrscheinlich auch einfach rausporten. Was ist das von hier dran? Darf ich das? Ich meine, ich soll ja auch einfach reporten. Ja. Zack. Okay. 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 So, so ein Maximilian war das hier, no? Okay. 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 Die beiden sind nur frei von den Skeleten-Wurreys. Grancis ist sicher. Die Dokumente, die sie hinterlassen haben, verbreiteten etwas Licht auf die Aktion der Salvation. Es scheint, die Skeleten waren in der attempten zu verbreiten, ihre Zahlen. Ich denke, dass ich nicht aufgeregt. Was noch mehr, es waren ihre eigenen Mitglieder von Böden, die sie in den Hüten zu benutzen. Neugierigte Belieberinnen gemacht haben, dass sie lebensartig sind. Sie wurden von Böden-Böden-Böden-Böden-Böden-Böden-Böden. Alles als Teil eines Experimenten. Die Wrichtungen sagen, dass Böden-Wurreys, die von Böden-Böden-Böden-Böden, sind stärker als die, die von Böden-Böden kommen. Auch für ein Kult von Böden-Böden-Böden, um solche Atrozitäten auf ihren eigenen eigenen. Das ist ein Hörer. Und eine jetzt hoffentlich am Ende. Wieder haben Sie meine Dank, Herr Rizm. Gebet, akzeptiere dieses kleine Token für Ihre Erfolge. Und wieder ein Quest geschafft. So was habe ich denn sonst noch offen? Ohhhh, ich glaube hier unten nichts weiter, ne? Drei Chimeras. Defeat the Gryphon. Welcher Gryphon ist denn das? Schön. Ja, vielleicht wird das aber auch automatisch einfach mitgecleared, wenn ich diesen Gryphon hier besiege. Why Orders Quest? Okay, das schiebe ich nochmal. Das hätte ich wahrscheinlich gleich mitmachen sollen. Ach ja, okay. Doch, da ist The Conspirators das nächste, was ich mache. Ja? Mhm. Wird schon. Was habe ich eigentlich für Schuhsohlen? Das sieht ja ungemütlich aus zum Laufen. Seht ihr da sonst noch solche Noppen drauf? Okay. Lagern wir mal ein, was wir nicht brauchen. Und Triss müssen wir auch generell mal austauschen jetzt. Ich glaube es ist soweit. Wobei ist das besser? Ja? Okay, ähm, Learnerset Skills, hab ich da was Neues? Weiß ich nicht. Davon hätte ich gerne noch das nächste, aber okay, Core Skills, auf jeden Fall hier Fitness ist ein Augment, das könnte ich übernehmen, aber ich glaube Core Skills find ich auch nicht übel. Ja, das und dann Fitness. Kann sie noch irgendwas cooles? Das hört sich cooler an, als es ist, glaube ich. Weil wenn das nur ein paar Skelette sind, die halten ja nix aus. Und sind mir nur im Weg, letztendlich. Okay, das machen wir so. Ähm, Augments hab hier generell noch Platz von daher. Ja, das ist Neues Fitness, kann ich natürlich jetzt gut gebrauchen als Fighter. Okay. Ähm, ich will grad noch mal nachgucken, ob in dem... Ob hier irgendwelche neuen, ähm, Quests zur Verfügung stehen. Auf den... Äh, auf diesen Anschlag brettern. Kann ja einfach mal passieren. Was? Die kommen jetzt aber gerade sehr random hier an. Aber echt, so viele Goblins, wie es in diesem Spiel gibt. Da frag ich mich ja, ob das als... Als Inspiration für Goblins Slayer diente. Soll ich weiter Trish austauschen, ne? Ja. 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 So. In Airborne Plague. Das nehm ich mal mit. Ja. 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 Ah, okay. Das ist... Das Equipment, dass der Porn einfach so anhatte. Ah, verstehe. So ist es Zeit, Triss zurückzugeben. Weil wir sie outlevelt haben. Selekt ein Item, du Gift. Let's go. Bitte sehr. Appearance Rating, ja. Das ist in Ordnung. Special Rating, das war auch voll. Das war eigentlich, ja gut. Die war eigentlich ganz gut. Ja gut, hier sind wir mal nicht so. Comments. Praise. That is quite the surprise. I've marked you a favorite. I still impressed, sir. You've been raised well. It has been a pleasure. Come on. It was well worth the effort. May our ponds cross again. Bye, Vitress. Hier sind welche, die kosten mich nix. Ähm. Warum auch immer. Aber die sind auch nur mein Level. Nur. Die Rosie ist 47. Und ich glaube, das ist auch. Oh, da. Da weiß ich jetzt gar nicht Bescheid. Sie ist Sorcerer. Ich hätte gerne einen Mage, wenn ich ehrlich bin. Special Pawns provided officially. Ah, gibt's keine. Versuchen wir mal. Pounds by Level. Ach, die kosten nichts, wenn sie mein Level sind. Okay. Okay. Ich meine, ich könnte auch mal bei der Pawn-Gilde vorbeischauen. Vielleicht finde ich da noch. Nochmal ein. Ein Offline-Porn, wenn man so will. Würde mich auch mal interessieren. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich geh mal kurz... Moment. Ich stell mich mal auf, rein und geh mal zum Titus Green zurück. Damit ich einmal im Offline-Mode bin. Und jetzt möchte ich mal wirklich einen komplett Offline-Porn rekrutieren. Das interessiert mich mal, weil es das Spiel mir so in die Hand gibt für Leute. Ich hab ja schon mal nach denen geschaut, aber ich möchte jetzt mal einen rekrutieren. Und in der Pawn-Gilde... ...waren die ja sogar... ...auf meinem Level und quasi die drei Starter-Klassen waren vertreten. Und das ist ja eigentlich auch genau das, was ich bräuchte. Also die zwei Sachen. Einer auf meinem Level. Und Starter-Klasse Mage. Hier gibt's sogar neue Sachen. Mal nehmen Swamp-Things. Ja, nice. Nehme ich mit. So. Ist nix. Gut. Was bist du denn? Offensichtlich kein Mage. Und das ist auch einfach höher vom Level her. Der kostet mich dann Rift-Crystal. Ist das nicht die Pipe-Tan? Das ist ein Warrior. Das möchte ich nicht. Wenn ich ehrlich bin. Du wärst ein Mage. Kostet es mich aber was. Gut. Ich habe genug RC. Das wäre nicht das Problem. Ähm. Mhm. Okay. Okay, er könnte mich heilen. Sonst greifte er auch an. Er könnte aber keine Statusveränderung entfernen. Oh, ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich muss mal durch die Stadt laufen und einen finden. Einfach. Hier laufen ja genug rum. Du hast einen Stock. Stab wie auch immer. Nigel. Ein Mage, das ist ja schon mal gut. Und was kann der so? Ah, das Westgreen ist gut. Ansonsten Angriff. Kann er auch wieder nicht. Schade, dass wir neu heilen. Fireboon. Das ist interessant, dass die mich jetzt was kosten. Das ist okay, aber es ist interessant. Ich meine, das ist nur eine Währung für die, ne? Diese Rift Crystals. Von daher ist das jetzt nicht... nicht problematisch oder ähnliches. Ich finde es aber komisch, dass ich jetzt tatsächlich welche finde, die vom Level hier ein kleines bisschen höher sind als ich aktuell. Soll das so? Remember to save enough for loading. Du bist immer noch derselbe von vorhin, ne? Die hat sich nichts getan, ne? Vielleicht nehm ich den einfach aus mangelnden Optionen. Den liste ich den mal, wa? So, was war das? Sehr eisig. Kann Levin dann sonst noch blaring? Ach, der andere war besser, wenn ich ehrlich bin. Der andere, den ich da vorhin gesehen habe, konnte wenigstens noch meine Defense buffen. Der da. Der Nigel. Dann nehm ich den. Ah! Directly enliste a pawn to your party. Na Mensch. Dann kann ich jetzt auch wieder auf online stellen? Was bist du für einer? Hallo, kann ich dir helfen? Warum finde ich jetzt hier einen anderen Mage? Holy Affinity. Der hat nur ein einfaches Haladam. Moment, Haladam ist das zum... Oh, zum Entfernen. Ja, okay. Der hat aber meint. Das ist schon gut so. Wäre so scary. Gut, dann kann ich wieder auf online stellen. Nein, auf online stellen. Safe successful. Okay. So. Dann wollte ich noch mal in Kasades nachgucken, ob da irgendwie ein neues Quest gelistet ist. Auf der... Auf dem Brett. Da war ich ja hier auf dem Weg dahin. Und bei der Gelegenheit kann ich dann darauf übernachten. Und danach machen wir unser Sidequest. Wobei ich auch kurz, ähm... Kurz mal auf die Toilette dann müsste. Und mein Trinken nachfüllen. Das ist nämlich so ein bisschen... Geht zur Neige. Sag ich mal. Ich weiß ja nicht, wie viel Wasserrohnen ihr plötzlich einlässt. Ich muss ja gewappnet sein. Okay. Gibt es hier was anderes als Escort-Dinger? No. Okay. Dann never mind. Ich weiß ja nicht, wie viel Wasserrohnen. Ich weiß ja nicht, wie viel Wasserrohnen. Ich weiß ja nicht, wie viel Wasserrohnen ist. Ich weiß ja nicht, wie viel Wasserrohnen ist. Ich weiß ja nicht, wie viel Wasserrohnen ist. Okay. Okay. Dann benutzen wir die Eternal Fairystone nach Grantsorren. Und dann bin ich mehr Quads auf Karp, sollte ich sagen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Entschuldigt bitte die Wartezeit. Es kann weitergehen. Ich hoffe, ihr seid noch da. Bibi, danke. So, wir schauen jetzt nach Nordwesten raus. Ich bin gerade am überlegen, ist es vielleicht sogar smarter, einen von diesen Teleportkristallen mitzunehmen. Dann kann ich da auch gleich nochmal in den Norden, also dann kann ich noch ein Stück weiter laufen. Dann kann ich da vielleicht so ein Teleportkristall einfach mal platzieren. Ich meine, ich kann die sonst ja wieder aufheben und woanders hin platzieren. Aber, ähm... Ist, glaube ich, keine schlechte Idee, den einfach mal dabei zu haben. Wo sind die denn drunter? Unter Curators wahrscheinlich ja nicht, ne? Tools? Zwei müsste ich noch haben. Genau, Portkristals. Sehr schön. Gehen wir auf Leer. Und, äh... Oh, das interessiert mich jetzt gerade mal. Ich kann hiermit ja auch auf diese Bitter Black Isle... Vielleicht gibt es da auch noch neue Quests zum Annehmen und sowas. Hier war ja auch so ein Board. Oh, da gibt es auf jeden Fall was Neues. Find the Arisen wandering in the Labyrinth. Hier war ja ein Quest-Item. Okay. Generell Sachen, die man mal machen sollte, wa? Ganz kleine Detour. Ganz kleine Detour. Nice. This is a poor crystal. One can reach it from anywhere with the use of the magic. Abusiness of the portals around the Great Warpawks or the Spank. I suppose the mountains had never the open space to fly their trains. So, draußen wären wir. Ich bin gerade am überlegen, was wäre denn der schlauste Weg dahin? Ich könnte einfach hier lang laufen. Da muss ich mich nicht mit... Wobei, das ist so zentral gelegen hier, die Kreuzung da mittendrin. Was muss ich da überhaupt besiegen gerade? Missing Letter. Soll ich finden? Okay. Na gut, ich leg's mal drauf an. Aber ich glaube da war halt irgendein Cyclops oder ein Troll oder sowas. Mal schauen. So. Prost. Höchst mir! Nein, nein, nein. Ich lass mich absolut nicht ablenken von irgendwelchen wilden Tieren. Aber ich glaube ich muss Rehe eigentlich verlegen. All diese Viecher aber auch. Ach. Das sind wir auch noch hier. Oh, eine Kurve. so. Was ist das eigentlich so? Ich hab die Kann man mal machen, so. Wo kämpft ihr jetzt? Sind hier noch welche? Die Musik lässt es vermuten. Ha. Ha. Ach ja, ach ja. Ein bisschen anstrengend ist es schon, dass man einfach nicht unendlich sprinten kann. Die Wege sind ganz schön lang in diesem Spiel. Die Wege sind ganz schön geflogen gerade. Okay, nicht nur Wölfe, es sind Diebe. Oh, Mann. Entschuldigung? Okay. 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 Ah, einfach mein Pumpkin. Was macht Nigel da? Oh, okay. Ja, dann sammelt mal Leute. Will keiner was einsammeln, schade. Oh, okay. Habe ich gar nicht gesehen. Den hat er automatisch anvisiert, sehr gut. Oh, Christoph, what? Oh, okay. Oh, okay. Einfach angenehmer so. Oh, die Blitze sind auch nice. Ich hoffe, das ist High-Levelin. Ah, das ist der Defense-Buff, ja. Okay, cool. So ein bisschen zu spät jetzt nach dem Kampf. Letztlich. Okay, der Troll ist auch nicht mehr da. Boah, da kommt der jetzt. Also ich sehe da auf jeden Fall schon den Brief blinken, den ich finden soll. Oh. Das dachte ich jedenfalls. Parcel? Ist das nicht das, was ich brauche? Ich habe ein Parcel gefunden. Ich muss bestimmt da in dieses... Ja, das sieht doch mir schon danach aus, dass ich in diesen Soul Flayer Canyon da rein soll. Irgendwie habe ich Respekt vor dem Namen. Einfach weil ich die Soul Flayers aus Final Fantasy kenne. Und wo wäre ich denn hier gesnipet? Ah, da aus dem Busch. Vocation Rank increased. Nice. Hälfte hätten wir schon mal. Fünf. Von zehn. Ach, die Nächsten. Die Chimera ist auch zurück. Ah, sie hat uns gesehen. Ich bin so Hawking. Ich bin aber sicher. Nein, ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mannz. Ich bin der Mannz. Ab mit ihrem Kopf! Ah, er hat mittlerweile mal richtig Damage an den! Fast beeindruckend! Komm, wir sind in der Ausdauer! Wir sind in der Ausdauer! Ein Bees, die sind in der Ausdauer! Ein Bees, die noch immer! Die Orbs! Ein Lion, die Magik, die Stork! Ein Lion, die Magik! Lass! Yeah, nice. Okay, so, Mushrooms, die haben ja Ausdauer. Okay. 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 Eine Latsche natt habe ich hier nicht erwartet, Latschen Marschwurm schon eher. Okay. Dann gibt es ja zwei Eingänge in diesem Canyon. Einer ist rechts von mir. Oh, der andere ist da hinten. Okay. Okay. Jo, gehen wir nochmal rein. Oh, halt. Ne Idee. Wobei, halt. Ne. Noch nicht. Ich hatte überlegt, ob ich hier diesen Teleportkristall einfach platziere. Dann könnte ich mich hier wieder importen und den wieder mitnehmen. Aber eventuell laufe ich auch einfach diesen Canyon jetzt komplett durch und komme auf der anderen Seite raus, das wäre glaube ich smarter, den dafür zu haben. Okay. Oh, die Guns sind mega Power Suits. Gott Thorn Blossom, hier ist Sunbrite. Sunbrite konnte ich ja auch irgendwie verkraften, ne? Zum Heilmittel. Wollte mir das eine Sidequist vom Anfang des Spiels das eigentlich sagen. Und dass ich das vielleicht auch machen sollte. Oha. Ach, hier ist ne Leiter. Das ist alles, ne? Es sind ja Snow-Hobbies, das ist ja kein Vorsinn. Das ist ja nicht so. Habe ich schon erwähnt, dass es neuen Einheiten-Typen gibt? Nee, welchen denn? Also, zwischen Sniper, Schocktrooper und Dingens? Oder was? Was meinst du? Also, ich will doch hoffen, dass einfach nicht dasselbe Spiel normal ist. Aber, äh... Hast du noch nicht gesagt, nein? Einfach mal einen Kürbis essen. Grenadier! Portable Mörser. Im Moment, das konnten doch vorher die... ...die Dingens. Also, das konnten die doch mitmachen, oder? Na, wie heißen sie? Hier, die Tank Destroyer da. Moment, die muss ich gerade erst mal... Da ist es. Oh, da geht's runter. Jetzt ist es hier dunkel. Cool! Runterfallen will ich dann nicht. Danke. Oh, vielleicht muss ich da lang. Oh, das ist aber ein ziemlicher Weg hier. Wow! Das ist nicht vergleichbar. Hört sich gut an. Heute gibt's... ...Rilled Lizard. Maybe smoked even. Oh, interessanter Gegner da vorne. Moment, was? Stell dir Artilleriefeuer vor, die auch im gegnerischen Zug auf sie feuert. Okay. Okay, der konnte jetzt ja nicht so viel. Wahrscheinlich hab ich ihn auch einfach gut getroffen. Okay. Es ist viel stärker als ein Kommen Goblin. Das ist voll gut in Kombination mit diesem brennenden Schwert, ey. Free Spoken Earring. Das sieht interessant aus. Oh, die ist jetzt nur noch half voll. Oh, die ist ja nicht so viel. 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 Oh, das hier ist mein Boss-Mob, scheinbar. Der hat jedenfalls eine Energieleiste da oben. Okay. Petrificator. Immerhin sind sie hier optimistisch. Sie ist halb voll, nicht halb leer. Hey, Fische zum Einsammeln. Sie können nirgendwo hin. Okay. Ja, da will ich glaube ich nicht runterrutschen gerade. Das sieht nicht so smart aus, weil ich weiß, wo ich da ankomme. Ja, erstmal hier hoch, oder? Oder halt. Was sagt mir denn die Karte? Ich soll da hin? Da komme ich doch gerade her, oder soll ich weiter nach oben? Liegt hier was rum, oder wie? Ich muss weiter nach oben. Ich muss quasi über mich. Okay. Okay. Ja. Spinnen! Spinnen! Goblin! Spinnen! Goblin weg. Okay. Ein Hopgoblin sogar. Occasion rank increase von Flare. Man hört nur einen qualvollen Schrei. Hier geht es nicht rüber rein, ne hier ist aber eine Kiste. Okay, so hier ist eine Leit. Und, ne, das ist nicht als Leiter gedacht. Okay, das ist einfach nur, da geht halt der Weg runter. Ist hier der Hinterausgang? Would it be, oder ist das was anderes? Oh nice, ich bin jetzt echt hier hinten. Sehr cool, dann werde ich hier jetzt einmal das Teil abstellen. Zack, Botcrystal gesetzt. Jetzt machen wir drinnen weiter, aber ich kann mich dann jederzeit dahin teleportieren. Und ich glaube, das ist viel wert. Okay. 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 Ja, schade, dass jetzt alle Gegner wieder da sind, aber was soll man machen? Oh, großer Gegner, ich speichere mal, kann ich rein, ich bin noch im Kampf, cool. Ja. Flair ist wieder late to the party mit ihrem Buff. Okay. Okay. Kann ich noch? Oder ist das schon zu spät? Ja, okay. 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 Nice. Wow. Nicht so nice. Ach, dass das jedes Mal passieren muss. Oh, wow. Wo sind wir jetzt? Witzig, ich glaube es hat mich gerettet, dass ich ins Wasser gefallen bin. Okay. Okay. Ich habe einen komischen Status-Effekt, ich weiß nicht was das ist. Wo ist das Loot noch da? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Typisches RPG-Problem irgendwie, ne? Fliegende Gegner, die in den Abgrund fallen und dann sterben. Hä. Hä? WHAAAT? Okay, bin ich irgendwie zu hoch? Das ist alles weird. Ich hab irgendwie zu viel Stuff, glaube ich, dabei. Hab ich von irgendwas ganz viel? Weiß ich nicht. Hab ich irgendwas schweres? Weiß ich nicht. Wer hier? Geek of Gold. Das ist sogar ganz... das ist besser als das, was ich aktuell habe. Oh! Hidens resistance to silencing. Ja, ich glaube, da kommt noch ein bisschen in der Masse was zusammen. Da kommt noch. Okay. Okay, 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 okay. Oh, hier muss ich auch passen, wo ich lande. Oh, verstehe. Oh, erst mal hier. Wer hat den Weg schon gefunden? Sehr schön. Okay. 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 Ich glaube, ich bin angekommen. Jetzt mach ich mir die ganzen Parcels. Okay. Aber trotzdem ging es da oben ja noch in eine Hand. Oh, hier ist Gold. Nehmt das Gold mit, Leute. Nehmt das Gold mit. Nehmt das Gold mit. Nehmt das Gold mit. Okay. Wo bin ich denn jetzt wieder, wenn ich hier unten ankomme? Äh, okay. Verstehe. Wird langsam hell. Das ist ganz schön. Dann kann ich sogar auch mal eine halbvolle Laterne wegpacken, schätze ich mal. Dann will ich mich nochmal da oben umschauen. Bevor die Gegner respawnen, wäre das, glaube ich, ganz cool. Okay. 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 Pferd. Okay. Malch. Okay. 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 So let's go. Oh, gotcha! Ach ja, Ausdauer. So, also hier war ich einmal runter und hier war ich nach links. Jetzt will ich aber nach rechts. Ich will explizit hier lang. Jetzt bin ich hier ganz am Eingang, okay. So will ich jetzt nicht runter rein, danke. Okay. 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 Ha. So. Die Phantasms sind auch wieder da. Ich glaube, da muss ich eh noch ein paar besiegen für Aufträge, ne? Noch keinen Schaden an den. Ah, da sind wir. Ah, da sind wir. Das ist ja. Oh! So many! Oh, ja. Got das! Soh! Jetzt habe ich hier ja nur noch... ...schon an der richtigen Stelle? Ich glaube ja. Was machen denn die Leute da hinten? Warum sind die denn da? Warum sind die nicht bei mir? Okay. Aber bevor ich da hochklettere, konnte ich hier nach links noch rum... ...da wollte ich auch nochmal runterschauen. Lieber Sled. Sieht relativ gefährlich aus hier. Oh, eine Truhe. Oh, eine Robe. Grenadier mit dramatischer Erinnerung an Mördergeschosse. Da hat ich mal eindeutig die falsche Klasse. Gefühlt ist das doch die ganze Zeit in diesen Spielen so, oder? Hat es ja vorhin auch geschrieben. Stoßtrupp mit Potential. Mag keine Waffen. Das war ja hier. Also. Das ist ja ein bisschen wie... Wie hieß er, Oskar? Der hatte doch auch so einen... Der wollte seinen Bruder... ...beschützen. Und deswegen hat er selbst... ...ist er selbst ein Sniper geworden. Dabei konnte er eigentlich... ...von der Verfassung her eigentlich... ...das gar nicht sich leisten. Also von der körperlichen Verfassung. Also manchmal sind die ja auch... ...sehr wild. Aber das macht das Spiel ja aus, ne? Das ist so eine Art Humor an der Stelle. Ah, hier kommt er also wieder auf. Immer noch eine Kiste. Mag das jemand mitnehmen? Nicht? Hm. Ich bin immer noch auch ein Kambad. Das kann's doch nicht sein. Nicht von irgendeiner Sache zu viel. Nein, sieh nicht. Das wiegt ja nix. Patrick... ...Kater. Okay, das sieht doch schon besser aus. Zack, na jetzt Mantel. Okay. Gut, dann bin ich hier, glaube ich, durch. Will ich mich zurückbaden. Ich gehe erst mal... ...erst mal Stuff abgeben. Dann bin ich ein bisschen schneller laufen kann. So, also. Freiheit. Hier können wir erst mal Equipment changen. Vielleicht können wir ja... Oh, hier, zwei mehr Sachen, ne? Ah ja. Das ist Triple Tooth. Das hört sich an wie die Waffe von... ...von hier. Ja. Ist aufgewertet einmal. Interessant. So, ich wollte eigentlich gucken bei ihr. So, ich hab ja hier den... ...Neu-Rober. Ja, doch. Wohnt sich doch. Nee. Da muss ich auch mal aufs Äußere achten hier. Dann kann ich hier nur immer nach Stutz gehen. Quest-Item. Quest-Item. Ah. Ja. Dann kann ich hier schon. Uh. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay It's yours noise, don't thrust Spins with blade extended to drawing a deadly circle, especially effective when surrounded Sinew grants you the energy to carry additional weight Oh, das klingt auch gut Facilitates easier escape from battle Ich glaube, ich konzentriere mich jetzt mal auf die Augments Was is a Kui? Invokes a magical aura capable of destroying outright any foe held within its span for set Length of time Petrification Ich glaube hier, die will ich auf jeden Fall High Frigga Brontide Mastgen Die klingen alle sehr cool Dann erinnere ich das doch hier mal Von High 11 zu Brontide Und von High Frasal zu Briggor Feier Findet die, brauche ich eigentlich nicht, habe ich die Feuerwaffe Ich glaube, wer kriegt sie denn einfach Komm erst schon rein Und was ich noch vergessen habe zu sagen Deutsche Texte Ja, wer weiß Wahrscheinlich sind die bei mir wieder nicht verfügbar Oder kann man das im Game umstellen Weil meine Konsole ist halt auf Englisch Und dann sind die meisten Spiele automatisch einfach nur auf Englisch Vielleicht muss ich da nachts sein Bestimmt, ne? Mal schauen Ich konnte nur Voice ändern Dann kann ich mir vorstellen, dass es bei mir einfach wieder auf Englisch sein wird Aber das ist ja okay, wie man sieht Dieses Spiel hier geht auch auf Englisch Ist alles in Ordnung Uh-huh Ein Moment, Sir Ich bin Gabriam Serve unter Sir Darion Captain at the Stone of the North Ich sehe, dass der Kapitän korrekt war, dass du diese Liederlöschen hast. Es ist ein Missing Chamberlain Fiedel, der dich zu retten. Am ich korrekt? Ich sage, dass du nicht die Kreden zu diesen Foksen lieben hast. Er ist ein Mann, der krank auf Ambition. Er hat einen Plan, um den Duken zu gewinnen, durch die Liederlösung zu spüren, und glücklich zu schädigen das Blut von Menschen in dem Prozess. Aber auch das ist nur ein Präambler. Er hat ihm eine Chance, um mit dem Duken zu treffen. Das ist so gut, wie ihm deine Dage zu spüren, um ihn in seine Gründe zu spüren. Sir Dario ist entscheidend, um die Beedels traitorische Designs zu spüren. Lass mich, die Liederlösung zu Sir Dario bringen. Es gibt niemand davon. Du brauchst keine Schmerzen. All I've heard of you suggest a person of keen judgment. Pray, give me the Lieder, Sir. Also ich glaub dem nicht, dass der was Gutes im Schilde führt. So wie der sich hier versteckt hat. So. So. Also wär das genuine gewesen, dann wär er einfach auf mich zugekommen. Und hätte das nicht so gemacht. doch nicht. So. 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 Ah, einfach voller. Okay. Ich habe noch ganz viele kleiner Ach, die sind das. Okay. Ja, wenn ich dann schon mal hier bin, dann kann ich hier auch kurz mich hochheilen, indem ich übernachte. Und, ähm... Status 32, bin ich das? 35. Der war jetzt besser als nix, ne? Aber, hm. Also... Und vorne raus muss ich diesmal. Gut. Gut, dann fangen wir den hier nochmal, dass der für uns den Informationen bereit hält. Ah, wir sind Eskorte auf die... Okay. 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 What is this about? Okay. 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 Yeah. Zauber werden größer. Okay. 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 Ich würde den gerne nochmal aufheben. Wie anstrengend. Okay, es hat aber gereicht. Ist das der Gr planner? mm-hmm ich mach keine faxen was hat mich abgeworfen ob es zugekommt was hier ist der fliehen griffin? achso das war so interessant der typ läuft jetzt auch einfach hier weg wohin geht's denn? ah ok ich glaube an der stelle nehme ich mir auch nochmal so einen teleport stein mit dann kann ich den vielleicht auch da hinten nochmal platzieren da das ist das ist das ist das ist das ist mit draw tools ich hab nämlich noch Einen. Und verlassen wir die Stadt nochmal nach Norden. So, jetzt müssen wir dem nur noch hinterher. Und das ist unbekanntes Terrain. Und eventuell ist da hinten dieser Tau von dem Gnomi-Sprach. Das heißt, da könnte man dann diesen Teleportstein auch platzieren. Moment, ich schenke mir gerade was zu trinken ein. Aber ich muss eh Ausdauer regenerieren, von daher alles in Ordnung. Trinken nicht vergessen, Leute. Auch im Winter. Was? Wo? Da. Masse. Hahaha. Hahaha. Boots. Boots. Was? Boots. Boots. Was ist das hier eigentlich für ein Ort? Hier habe ich noch gar nicht reingeschaut. Windbluff Tower. Hier gibt es einen Sidecrest. Na sowas. Was ist das für Dario? 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 you will find a lord julian the holds expeditions and supply fall under his charge pray speak with him else the other guards within the duke's castle okay deliver the message to the castle the best men in the strongest hold of power is without supplies to deliver who are we sonst noch so seems the duke aims to ring all grants to the strongholds let's have a look at that rise in the land there may be ought to harvest es ist ja alles kaputt hier ich könnte aber auch natürlich einen dieser teleport kristalle einfach hier kurz absetzen mich zurück potten das machen und wiederkommen und dann wieder mitnehmen ich tendiere dazu zack ich bin zeit track mir mal kurz es 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 ist es 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 que es Halt, da läuft schon niemand lang. Ich habe nicht so gut aufgepasst, oh Gott! Er sagt irgendwas von Training Exercises, aber... Oh Gott, oh Gott, hat jemand von euch aufgepasst? Ob das jetzt richtig war? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein, das war nicht richtig. Schade. Und Flair so, ich habe gelernt, was ich hier machen muss. Nein! Nicht so! 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 Stabil Fight! Stabil Fight! Kopee! Was ist das? Okay, so. Ich muss jetzt wahrscheinlich hier nach rechts. Na ja, das sieht doch gut aus. Warum wartet man mal auf seine Pawns? Wird man von Badiden angegriffen? 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 Ich glaube, ich muss da lang. Moment, das ist sowieso meine Aufgabe. Und ja, ich muss irgendwie nach West-Osten, von hier aus. Windworn Valley. Die HP sind doch mit einfach die anstrengendsten Gegner hier in diesem Spiel. Ich habe ein neues Tutorial. Willkommen im Tutorial für die Tutorial. Tutorial Inception, no! Ich bin ja froh, wenn ich wieder meine andere Klasse spielen darf. Entschuldigung. Ich werde doch einfach zurückgeschoben, ist das niedlich. Das Spiel sagte mir, heavier Characters will not beaffected as much. Aber ich weiß ja nicht. Ich erinnere mich irgendwie an Final Fantasy IX. Dem Windschrein, den es da gab. Ja. Ich seh doch schon, dass man das da wunderbar runterschubsen kann. Ist auch auf die andere Seite hier vorne. Okay, safe. Ist aber spät dran. Was der da fiat? Die sind auch ganz schön gepanzert. Autsch! Let's go! I'm on my way. No! They won't be alerted! Okay, benutzen einfach das Terran gegen sie. Genau. Wir locken sie einfach hier hinten rein, in die Nische. Wir reihen uns hier hoch. Aber die Bogenschütze sind aber echt verdammt anstrengend. Wow. Jünger. Okay. Ja. Das war gar nicht Ohrnamen. The Running Start? Echt? Oh! They're armed, Master. The electric system is not most effective. Musik Nein, sie haben die Abenteuer! Ich bin sicher, dass sie nicht mehr so gut sind. Aber nachdem sie streiten. Ich bin sicher. Die ersten Streifen werden mir ausgeschlossen. Sie werden nicht mehr veröffentlicht, nach einem großen Streifen. Jo, wie komme ich da an die dran? Auf diesem dünnen Pfad? Ich weiß ja nicht. Da könnt ihr alle herkommen. Wir kämpfen hier hinten. Das kann nicht sein. Der da oben schießt seine Pfeile einfach auf den Felsen, auf den da drauf steht. Level ab, das ist ganz cool gerade. Okay. 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 Ich glaube, da wird man eher einen Double-Jump für können. Wie weit bin ich denn noch entfernt von dem Teil? Uh-ha. Das ist noch ein bisschen was. Ähm. Ich fundiere dazu gerade einfach mal. Ich kriege irgendwo einen... Teleport-Kristall hinzusetzen. Und dann einfach mal zurück in die Stadt. Oh. Der ist offensichtlich Schwachstellen. Und dann Popo zum Beispiel. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das ist aber ein cooler Blitzpeitschen, der mit dem Flair da kann. Das ist ein cooler Blitzpeitschen, der mit dem Flair da kann. Ja, die Innenseite der Handfläche ist eine richtig geile Idee für einen Weak-Spot-Einblick. Ja, und unter seinem... Ja, unter dem Fuß. Okay. Okay. Okay, das war der erste Golem, den ich je bekämpft habe. Da oben wäre eine Ballista gewesen, wirklich? Vielleicht laufe ich auch noch zu da hoch und dann platziere ich da diesen Stein. Oder ist auch noch einer? So. Ja, ist ja praktisch, ne? Dass man den da so hin platzieren kann. Quasi um den Zwischenstopp einzulegen. Und dann macht man da gleich weiter und nimmt ihn wieder mit. Wie sieht's mit Level aus? Ich schau mal gerade hier rein, ob ich irgendwas Interessantes an Pawns finde. Dann kann ich vielleicht den Nidil doch wieder wegschicken. Ich würde die gerne... Oh. 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 Äh. Da sieht es already in the Rift. Ich habe den Halladon. grab now. Ich glaube, das klingt ganz gut sogar. Freerun. Already in the Rift. Okay. Machen wir das mal so. As you will. Ooh. Ich glaube, ihr sollt noch mal ein paar Curatives einkaufen. Das heißt, sie schauen noch mal in einer anderen Stadt vorbei, ganz fix. Oh, your Follower has returned from assisting another Arisen in another Realm. Nett, Ripped Crystals. Beatboxer Susie. Hab ich ausgehalten. Sehr schön. Wie habe ich das gemacht? Ich versuchte meine... Es ist ein Porta-Crystal, Master. Hat der hier jetzt eigentlich mittlerweile ein erweitertes Inventar? Jaaaa! Edens Warden ist jetzt drin. Kaladborg ist auch hier drin. Und Ameis. Genauso ob Litteratrix und Bloodthirst the Beak und 1000 Stinks und ist das alles teuer? Malignance. Ardent Will. Fiery Talon. Galadric Razors. Ich verabschiede mich dann mal. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Zaza. Danke fürs Reinschauen. Schlaf gut. Und der nächste Stream ist am Freitag, falls du interesser hast. So investiere ich das? Das ist doch nur Waffen hier. Hm. So wenig Element drauf. Ich weiß nicht was es ist. Eis. Sieht doch Eis aus. Eis. Ich werde jetzt... Nein, 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 nein. Ich werde das andere da reinpacken. Damit mir das nicht im Inventar rumfliegt. Edens Warden. Und... Dann noch Set Skills. Set Skills. Bei Flare. Mache ich, ähm... Eis Affinity jetzt natürlich zu. Bei Affinity. Ich glaube, das ergibt so Sinn, oder? Nein. Ich glaube, ich mache... Fire... Fire Eyes... Lightning als... Ich weiß nicht, ob das Primary, Secondary, ob das wichtig ist. Wenn ich ehrlich bin. So. Den großen Vogel wollte ich eigentlich noch wenigstens erreichen. Also, bis zum Tower wollte ich noch hin. So. Nehmen wir wieder mit. Dann müssen wir mal schauen, wo es hier weiter geht. Das ist ein magleres Pass. Ob das so eine gute Idee ist, hier jetzt reinzugehen? Das klang nach Skeletten. Oh ja. Mhm. Machen wir das mal auf hier. Oh, da war ein schönes Zillen-Azau. Hm. Hm. Das war's für heute. Okay, ich brauch den Schlüssel erst dafür, ja Makes sense Dann laufen wir einfach mal draußen weiter Ah, das ist noch ein Eingang, wa? Nee, gar nicht Okay Stay wary at the water's edge. Let's do it. Run. Do not stop until you are fully consumed Viele Spinnen hier, ey Was, Falling Rocks? Wo? Wo, wo, wo? Warum wird mir das gesagt? Oh Ich hoffe, wir sind gleich da The Blue Moon Tower Wo, wo? 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 Oh, da ist sogar ein Riftstone vor, also so ein Teil, womit ich in diesen Rift rein kann. Dann setze ich hier doch jetzt mein Kristall ab. Zack. Und wird sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich speichere hier jetzt ab. Wobei, Moment, ergibt das Sinn, dass ich hier nochmal kurz... Ja, ich habe noch ein bisschen Equipment gefunden. Ich lagere noch Sachen ein und danach verabschiede ich mich von euch. Dann wird hier wieder mal ein Checkpoint-Safe gemacht. Ich denke, das ist auch in Ordnung. Okay, so. Das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Ich wollte eigentlich auch Konsumer-Bist noch kaufen, ne? Hm. Habe ich jetzt nicht getan. Gut, machen wir das noch. Und das noch, und das noch, und das noch. Hätte ich gleich hier hingekommen eigentlich. Gleich, naja. Achso, ich war abgelenkt durch den, ja, durch den Waffenkauf. Ich verstehe. Ich brauche den Greenwash. Okay, dann kann sie auch noch welche kriegen. Und dann passt das. Gut. Okay. Ja, damit wären wir jetzt durch. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Und, na komm, save and return to title screen. Yes. Und mit Dragon's Dogma geht es dann am Samstag wieder weiter. Am Freitag ist wieder Rätselstream angesagt. Und, ja, ich wünsche euch eine wunderbare gute Nacht und eine schöne Woche und, und, und. Und, ich schaue gerade, gucken wir mal, wo hinbleiben. Nee, wir lassen das heute mal. Ich mache hier Licht aus. Gut. Dann kommt gut in die neue Woche. Schlaft gut und verholt euch gut. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.